Anlässlich unserer 250.Folge blicken wir noch mal zurück. Aber wir wollen nicht nur in Vergangenheit und Erinnerungen schwelgen, sondern wir wollen auch ein bisschen vergleichen. Wir wollen schauen, wie sich die Arbeit an Game Two im Vergleich zu damals bei Game One verändert hat. Aber als Erstes gibt's eine kurze Einstiegsmatz. Gute acht Jahre lief Game One bei MTV und kam dabei auf insgesamt 300 Sieben Folgen. Game Two holt langsam aber sicher auf. Uns gibt's mittlerweile seit etwas mehr als 6,5 Jahren. Und des Fehlens stand jetzt nur noch 56 Ausgaben zum Gleichstand. Nein, das sag ich nicht, damit ihr euch alt fühlt, sondern um mal zu unterstreichen, wie lange es beide Formate mittlerweile gibt. Man müsste ja schließlich denken, dass in all den Jahren Produktions- und Arbeitsabläufe perfektioniert wurden und das Ding wie eine gewöhnte Stechuhr von Woche zu Woche durchrattert, oder? Hahaha, 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 heh, ja nee. Ist schon nach wie vor ein wilder Ritt, aber zumindest haben wir hier und da ein bisschen dazugelernt. Passend zu unserem 250-Volken-Jubiläum wollten wir mal heuchten, wie so die Arbeit an Game One ausgesehen hat, was gut und was schlecht lief und was sich mittlerweile vielleicht alles verändert hat. Vielleicht können wir uns ja noch was abschauen und lernen. Ja, da ich selber ja nie teile von Game One, da brauche es heute natürlich Leute, die eben daran beteiligt waren und die mir von jener glorreichen Zeit berichten können. Bzw. es gilt herauszufinden, wie glorreich die Zeit damals denn wirklich war. Und dafür habe ich die perfekten Gäste eingeladen, sowohl im Studio als auch zugeschaltet. Und ich fange natürlich im Studio an. Hallo, Etienne Gardet. Du brauchst keine weitere Einleitung. Hallo. Schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein kann als Erfinder von Game One. Er freut mich sehr. Gute Einleitung. Seit wann bist du bei Game One eingestiegen? Ich glaub, da war Game One schon vier oder fünf Jahre alt. Aber ich glaub, so 2010 bin ich nach Hamburg gezogen. Aber da war ich ja noch GameOne.de, also Game One Online. Ich hab ja erst angefangen in der Online-Redaktion. Und das weiß ich aber auch nicht mehr, wie lang das war. Es war auch ein, zwei Jahre. Ich krieg's nicht mehr so genau hin. Aber auf jeden Fall nicht der Erfinder von Game One anscheinend. Nicht der Erfinder von Game One. Tim, warst du's vielleicht? Schön, dass du auch da bist. Ja. Herzlich willkommen, Sebastian, hier bei dem Talk, wo nur Erfinder von Game One sitzen. Nee, ich hab mit Game One eigentlich gar nichts zu tun. Ich kam nur bei den letzten 100 Folgen, also 2012, bin ich dazugekommen. Und ab Folge 202, glaub ich, hab ich, das war mal die erste Folge. Willkommen bei Game One. Nur 100 Folgen, dann kannst du ja gar nichts. Genau. Ja gut, aber du musst das mit Game Two-Folgen zusammenrechnen. Also die Expertise, was das angeht, da ist, glaub ich, Tim unschlagbar. Also ich hab jetzt schon mehr als doppelt so viele Game Two-Folgen gemacht, wie ich Game One-Folgen gemacht hab. Ja. Mal gucken, wie viele da noch kommen. Aber wir sind nicht alleine, wir haben auch noch einen wunderbaren Gast zugeschaltet, und zwar Uke Bosse. Hallo, Uke, schön, dass du da bist. Hallo. Mein Name ist Uke Bosse, ich habe 2004 Game One erfunden, wollte aber keiner haben. Ja, Uke, zu dir noch mal ganz kurz einleitende Worte. Wir klären gleich, ob du wirklich auch der Erfinder von Game One bist. Aber du warst natürlich Redaktionsleiter von Game One. Du hast aber auch eine andere Videospielsendung geleitet, und zwar Reload. Und mittlerweile bist du als, und das muss ich jetzt ablesen, es tut mir leid, es ist so viel, was du machst, da stand Autor, Regisseur, Producer, Moderator, Comedian, Schauspieler und Professor. Das stand alles auf deiner LinkedIn-Seite, habe ich kopiert. Du kannst jetzt nicht sagen, dass es nicht stimmt. Das hast du da reingeschrieben, glaube ich. Ich habe selber reingeschrieben. Das ist die Twitter-Bio. Dann wird es wohl stimmen. Okay, weißt du noch, wann du zu Game One gestoßen bist? Ja, das war 2007. Game One hat 2006 angefangen. Ich glaube, meine erste Folge war die 33. Ich bin dreieinhalb Jahre geblieben. Und ich glaube, die Gründung von Rocket Beans, und wo Ede und Nils dann auch on-air ging, müsste dann so im Sommer 2011 oder Herbst 2011 gewesen sein. Okay. Also, Uke auf jeden Fall mit der längsten Game-One-Erfahrung hier in der Runde. Und tatsächlich, Uke, du bist auch so ein bisschen der Anlass dafür, dass wir diesen Talk heute machen. Es gab ja in unserer 250. Folge dieses kurze Segment, wo wir ein paar RedaktionskollegInnen zu Wort kommen lassen wollten. Und da warst auch du dabei. Und ich habe dich angeschrieben, meinte so, ey, magst du nicht uns ein bisschen roasten? So augenzwinkernd. Einmal sagen, ich hätte niemals gedacht, dass die länger als zwei Folgen überhaupt existieren. Und das andere war, dass du uns als krassesten Blödeltruppe zeichnen sollst. Und da hattest du mir eine sehr charmante Videonachricht geschickt und meintest so, ey, ja, okay, der Anfang, der war vielleicht wirklich nicht so gut. Ihr wart da noch in der Findungsphase. Aber ich kann ja nicht sagen, dass ihr eine Dödeltruppe seid, weil, also mal ganz unter uns, wir waren eine viel dödligere Dödeltruppe als ihr. Ja, aber wir waren auch viel schlimmer. Ja, aber das möchte ich gerne wissen. Was lässt denn dich darauf zurückschließen, dass wir nicht so ein schlimmer Blödeltrupp sind wie ihr damals? Das würde mich interessieren. Naja, ihr seid zum Beispiel alle festangestellt und nicht scheinselbstständig. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Sache. Glaube ich, ihr habt eine Redaktion, wo man sich auch ausbreiten kann. Ich glaube, das ist auch schon mal gut. Nein, ich bin böse zu uns selber. Also, die Anfänge von Game One waren ja so, dass Simon und Budi, glaube ich, auf MTV zugekommen sind, sich eine große Sendung ausgedacht haben und die dann in Zusammenarbeit mit Riesen-Bohai und zu der Sendung wurde, die sie dann später war. Das war sie in der ersten Staffel, aber auch noch nicht, muss man auch dazu sagen, die erste Staffel von Game One. Die ist schon auch nicht so gut, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Sage ich auch ehrlich, weil ich ja auch gar nicht dabei war. Deshalb kriege ich das natürlich auch ganz ehrlich. Ich sag das zu den ersten vier Staffeln. Es ist, also, man muss MTV das damals zugutehalten. Das war ja 2006, da hat man noch Fernsehen geguckt. MTV hat langsam gemerkt, okay, Musikvideos funktionieren nicht mehr. Klingeltonwerbung will irgendwie auch keiner mehr sehen. So langsam hat gut funktioniert die letzten drei Jahre. Was machen wir jetzt? Und Games ist natürlich ein Thema. Und wenn wir Games machen wollen oder auch ein Werbeumfeld für Games anbieten wollen, dann braucht man eine Games-Sendung. Also erst mal total schlau, das zu machen. Weil Games gab es zwar im Fernsehen immer mal wieder, aber noch nie wirklich erfolgreich. Also 1977 mit Thomas Gottschalk. Hieß es Telespiele? Telespiele hieß es. Anfang der 90er gab es eine Sendung. In den Nullern und in England gab es diverse Formate. Es gab ein schottisches Format, Video Guiden, von dem ich auch erst dachte, Game One wäre vielleicht die deutsche Adaption. Und in der ersten Staffel passierten dann so ganz komische Sachen wie das E-Sports-Spiel der Woche. Die fünf besten Handyspiele. So was, das war halt nicht so gut. Deshalb muss man auch sagen, glaube ich, dass dieser Entwicklungsprozess hat eine ganze Weile stattgefunden und wurde dann erst langsam zu dem, was es war. Ja, worauf wollte ich hinaus? Ich habe es ein bisschen vergessen. Aber an welchem Punkt kamst du denn dann rein? Also war, als du dann angefangen hast, war das dann schon ... Als es schlagartig gut wurde wahrscheinlich. Naja, aber warst du noch zu dem Punkt ... Ich behaupte das, ja. Warst du zu dem Punkt noch da, wo es noch, sag ich mal, dieses ursprüngliche Game One war mit den, sag ich mal, relativ standardredaktionellen Beiträgen? Oder warst du schon in der Phase da, wo es dann schon Kostüme gab und so? Genau, das ist kurz vorher, glaube ich, so passiert. Und ich hatte das große Glück, dass ich dann bei Folge 33 eingestiegen bin, als so die ersten Kämpfe ausgekämpft waren, wo man dann, wie ich jetzt, kreativ werden konnte. Das war so mein Glück. Aber wir haben dann auch direkt die Sendezeit von 23 auf 15 Minuten verkürzt. Das ist ja direkt, keine Ahnung, 15 Folgen später passiert. Wir waren erst 23 Minuten, dann 15. Aber da begann dann die Experimentierphase, wo dann MTV gemerkt hat, okay, irgendwas funktioniert, lass die mal ein bisschen machen. Keiner will das E-Sports-Spiel der Woche präsentieren oder sowas. Und dann wurde das langsam. Und ich glaube, da ist auch das, was ganz interessant ist, was, glaube ich, der Unterschied jetzt ist zu Game Two. Also A, finde ich ja persönlich sehr faszinierend, dass die Sendung gibt es jetzt einfach mal seit 16 Jahren, wenn wir sie als ein langes Ding begreifen. 16 Jahre. So Trant, der von Anfang an dabei ist mit einer Pause. Aber 16 Jahre, was ist das für eine Kontinuität? Total krass. Und es ist immer noch auf demselben, mal ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen niedriger, aber auf dem ungefähr selben Niveau. Wie kann das sein? Obwohl die Crew ja inzwischen eine relativ andere ist. Außer Tim, du bist jetzt relativ lange auch dabei, dann wahrscheinlich auch schon zehn Jahre dann wahrscheinlich so. Oder ein Trant, der ewig dabei ist. Dann muss es wohl an den Produzenten liegen. Nee, das ist es glaube ich nicht. Aber es ist trotzdem interessant, also wo kommt es her? Und ich finde immer faszinierend, wie es jetzt anders ist, zu dem, wie es vorher war. Aber vorher war es eben so, es war eine Fernsehsendung, die dafür gemacht war, dass sie im Fernsehen auch funktioniert. Das heißt also, sollten auch Leute einfach vorbeisappen können bei MTV und vielleicht den Anfang nicht gesehen haben, das Ende nicht gesehen haben, Videospiele gar nicht verstehen und sollten da trotzdem irgendwie Spaß dran haben. Und das hat relativ gut funktioniert. Also ich hatte relativ viele Leute, die mir erzählt haben, ich verstehe gar nichts von Spielen, aber ich finde es immer super lustig, was da passiert. Und deshalb hatten wir beispielsweise zwei Moderatoren und kein anderer kam vor der Kamera vor, weil die Moderatoren waren eben quasi die Avatare, die Personifizierung des Zuschauers in dieser Welt. Das hat total Sinn gemacht für die damalige Zeit. Wir hatten natürlich auch Gregor, der immer versucht hat, sich in die Sendung zu mogeln. Wir nannten das immer GPS. Gregor Per Second. So, GPS, diese Folge wieder relativ hoch. Als wir immer wieder versucht. Aber das hat total Sinn gemacht. Und dann, bei euch ist es ja ganz anders. Also das ist das, was mich persönlich, ich sage das mal ganz ehrlich, am Anfang so gestört hat, weil es die ersten Folgen Game Two gestartet sind, dachte ich, was, Beans bei Tag und Nacht? Wer sind denn diese Leute? Ich will doch Spiele sehen. Was passiert denn da? Und dann dieser Talk-Teil in der Mitte, der eben für mich auch gar nicht funktionierte, weil es ja ein Magazinformat ist. Und wenn ich talken will, dann will ich den Press-Select-Talk sehen. Den gucke ich immer sehr gerne. Der ist richtig, richtig gut. Aber es ist auch völlig klar, dass gerade die Anfangsphase immer so ein bisschen, wir probieren mal das, wir probieren mal das. Nee, geht nicht. Komm, wir machen es mal anders. Und dann funktioniert es irgendwie. Ja. Ich habe jetzt viel erzählt. Was hast du gefragt? Du hast alles beantwortet. Die Sendung ist jetzt auch zu Ende, das war schön. Aber übrigens, Fun-Tax, wo du gerade sagst, Sendung verändert sich und so weiter und so fort, habe ich schon, glaube ich, auch ein paar Mal erzählt. Aber ich weiß noch, wie du, Ede, ganz am Anfang, wo wir unser erstes großes Meeting hatten für Game Two, da saßt du noch mit uns da in unserem alten Büro, was man ja auch kurz gesehen hat in der 250. Folge. Und du warst derjenige, der gesagt hat, weil wir die ganze Zeit uns die Köpfe zerbrochen haben, blablabla, ja, ach, was machen wir jetzt da? Und dann war, wir mussten jetzt live sein, haben natürlich alle überlegt, ach du Scheiße, hey, Game One live sozusagen, wie soll das denn funktionieren? Und diese ganzen Fragen mit dem Talkteil und so, es war ja damals uns schon klar, dass es schwierig ist. Und du meinst es dann halt so, ey, Leute, es ist eh scheißegal, in einem Jahr oder so was, oder in zwei Jahren spätestens, wird die Sendung eh komplett anders sein. Und im Endeffekt ist es ja genau so auch gekommen. So weise. Ja, Eddie hat's wirklich gecallt. Also, er hat es einfach da so, und wir haben da natürlich so ... Also, es ist strange, wenn du so da ... Aber du kannst es ja trotzdem nicht skippen, du musst die Erfahrung ja trotzdem ... Also, auch wenn du weißt, dass es eventuell so kommt, seid ihr ja trotzdem in der Gegenwart mit den Herausforderungen konfrontiert, die ihr erst mal meistern müsst. Und könnt ihr ja nicht dann trotzdem sagen, in einem Jahr machen wir den Live-Part eh nicht mehr, das machen wir ihn jetzt auch gleich nicht. Sondern ihr müsst ihn ja dann trotzdem euch ausdenken und machen. Hast du gerade deinen eigenen Ratschlag debankt, sagst du? Nee, ich mein, das Ding ist halt einfach, wenn ich jetzt so zurückgucke auf die Zeiten, ich hab ja auch, auch wenn ich noch nicht bei Game One war, ich hab ja durch die enge Beziehung zu Simon und Budi, ich hab ja das ganze Ding in der Entstehung auch miterlebt. Also, die ersten Brainstormings, als Budi zum ersten Mal reingemacht hat, hey, MTV hat mich angeschrieben, die wollen, dass ich ein Games-Format mache. Da ging's ja dann schon, wir haben immer abgehangen und so. Und dann fing's so an mit, wie wär's denn, wenn wir so was machen? Wir haben zum Beispiel auch immer Scrubs geguckt. Das war so eine Serie, da saßen wir immer zu viert, haben Tiramisu gegessen und haben Scrubs geguckt. Und dann bei Scrubs war halt immer dieses ... Bei Scrubs war halt immer ... Ich wollte Tiramisu. Tiramisu, ja. Ich wollte auch gleich nachfragen. Und bei Scrubs gab's ja immer diese Momente, wenn JD sozusagen so nach oben geguckt hat, nachgedacht, und dann kam mehr oder weniger ein Einspieler. Und das war ja auch ein ganz großer Einfluss dann später auf Game One, so dieses, du hast hier dieses, du hast das Spiel, und dann kommt aus dem Nichts kommt ein Sketch sozusagen oder irgendeine Form von Humor. Das waren so die Einflüsse damals. Und wenn ich jetzt aber zurückdenke, wie damals produziert wurde, und als wir da anfingen ... Ich war ja schon nicht professionell, weil ich kam von Giga, und das war ja auch schon alles Low-Budget und irgendwie so, ne? Aber ... Also, wenn ich jetzt zurückblicke, wie damals Game One produziert wurde, ist es ein Wunder, dass da überhaupt am Ende ein Produkt rauskam, das auch noch auf MTV lief. Weil ihr müsst euch das mal vorstellen, wir haben ja vieles dann auch, als wir dann die Produktionsfirma gegründet haben und dann selber einige Sachen ändern konnten, haben wir auch vieles geändert. Aber damals war das so, die Schnittplätze von den externen, extra zugemietet, für jede Folge extra gemietete Katte, allein was das für Kosten waren, ja, die waren an der einen Ecke von Hamburg. Das Studio, wo gedreht wurde, war komplett im Industriefittel in der anderen Ecke. Die Redaktion war wieder woanders, nichts davon war in einem Gebäude oder so. Und ich erinnere mich an Situationen, wo wirklich Gunnar, wir haben im Studio was gedreht und irgendwas wurde vergessen und Gunnar musste eine Stunde durch komplett Hamburg fahren, irgendwas holen und wieder zurückkommen oder so, weil's nicht anders ging. Also, das waren Produktions ... Also, da wurde produziert auf eine Art und Weise, wie du eigentlich nicht Fernsehen produzieren kannst. Und das ging eigentlich auch nur, weil die Leute, die damals auch daran gearbeitet haben, einfach die Extrameile gemacht haben. Und also wirklich, Extrameile ist noch hart untertrieben, sondern die haben im Prinzip für dieses Format gelebt. Und alles andere, mehr oder weniger, hat keine Rolle. Du warst eigentlich nur ... Es gab eigentlich nur Game One und sonst nix. Es ging nichts anders, ne? Und dann hast du auch noch nicht mal eine Festanstellung gehabt. Das heißt, du warst dann im Sommer, wenn Sommerpause war, musstest du dir noch einen Nebenjob suchen, weil du einfach nicht mehr auf der Payroll standst. Und das war schon krass. Und war eine Zeit, die Gott sei Dank so auch jetzt nicht mehr stattfand. Das ist, glaub ich, der größte Unterschied. Okay, du hast ja schon super viel gesagt. Nee, es ist super, aber schon ganz viele Punkte, auf die ich auch noch mal separat eingehen wollte. Ich würd jetzt einmal noch mal ein bisschen den Rollback machen. Also, ich glaube, was ich als Unterschied gesehen habe zu Game One und Game Two in den Anfangszeiten, also, wir mussten uns ja auch finden, unser Vorteil war halt, A, wir hatten Rocket Beans im Hintergrund, ne? Also, schon eine Produktionsfirma gestandene, plus auch noch Leute, die halt Erfahrung hatten mit Game One. Also, sowohl Tim als auch Micha, als auch dann später Trant. So, das hat halt wahnsinnig geholfen, weil, ja, da sind halt super viele neue Nasen, inklusive mir, dabei gewesen, die halt keine Ahnung von nix hatten, aber dadurch dann halt zehren konnten, dass da halt Leute sind mit Erfahrung. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, das hatten wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, dass sich ja die Sendung sowohl Game One als auch Game Two mit der Zeit verändert hat. Bei uns war es das Live-Segment. Wie war das bei euch? Wie viel hat denn Viacom MTV da mit eingewirkt, wie denn die Sendung aussah? Wie stark wurde die geformt von außen? Oder war das etwas, das sehr viel von euch bekommen ist? Weil bei uns war ja zum Beispiel auch dieses Live-Segment ein Wunsch viel. Und im Gespräch ist das da rausgegangen. Also, ich, wie gesagt, ganz am Anfang war ich nicht dabei, aber ich meine mich zu erinnern, dass die ursprüngliche Idee von Budi und Simon auch eine Stunde lang war. Und dann wurde es eben ein halbstündiges oder 23-minütiges Format. Ganz am Anfang war das eine große Einflussnahme. Das habe ich ja erzählt, so mit diesen E-Sports-Dingern und Top-5-Handyspielen und den ganzen Krams. Und der Relationsleiter, der damals drin saß, Mark Quambusch, der kam eben vom Fernsehen. Der hat das also sehr fernsehisch gemacht. Und das waren die ersten Kämpfe, die da immer ausgetragen wurden. Ich glaube, die Geschichte wird immer erzählt von Simon, der unbedingt bei Halo zeigen wollte, wie der Schild hochgeht. Aber du siehst es eben nur hier oben klein in der Ecke. Und das funktioniert im Fernsehen eben nicht. Du musst es größer zeigen oder einen Pfeil drauf machen. Das waren so Dinge, wo sich gestritten wurde. Genau, das war also die erste. Und dieses wurde immer weiter zurückgezogen. Also, Funfact, wir durften keine Lieder von Jamiroquai spielen. Das war uns verboten. Mochte der Wischershörer nicht. Warum denn das? Mochte einfach nicht. Mochte nicht. Das ist ein guter Erklärung. Ganz kurz, was ich dazu sagen wollte. Dieses, warum, wie viel Einfluss hat jemand genommen? Das ist so, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit Funk ist. Aber bei MTV, Wirecom war es halt so, also Game One wurde halt auch super erfolgreich. Und je erfolgreicher Game One wurde, desto mehr haben sich dann auch MTV und Wirecom gesagt, ja komm, lass die mal machen. Wir wissen zwar nicht, was die da genau machen, aber irgendwie scheint es halt zu funktionieren. Natürlich haben die immer noch korrigierend eingewirkt, wenn es zu krass war und musste natürlich abgenommen werden. Aber das war so, also man musste sich die Freiheit, musste man sich einfach erkämpfen. Am Anfang hatten die sehr klar noch gesagt, wie sie sich's vorstellen. Und das passt nicht zu MTV und das muss so und so sein. Und im Laufe der Zeit wurde das immer mehr aufgelockert, bis die wirklich irgendwann kaum noch Feedback gegeben haben, einfach froh waren, wenn wir pünktlich angeliefert haben. Okay. In etwa so, genau. Und dann wurde höchstens noch rauskorrigiert, nee, der Kopf darf da nicht explodieren oder so was. Aber das war's dann. Weil genau so ist es. Also du merkst, es funktioniert. Und eigentlich soll's ja im besten Fall auch so sein. Du stellst jemanden ein, der sich mit was auskennt und dann vertraust du dem halt auch und dann funktioniert's halt auch so. Das ist eigentlich die beste Form der Zusammenarbeit. Aber was du gerade gesagt hast, das möchte ich, sorry, wenn ich jetzt noch mal reingreife, was ich eben, diese Scrubs-Nummer, die Art und Weise, wie diese Witze passierten bei Game On, das ist ja eine Sache, die immer noch so funktioniert. Und ich weiß nicht, glaube nicht, dass Game On das jetzt erfunden hat, weil, wie gesagt, bei Video Guiden, was ich kannte aus Schottland, sind, da hab ich das das erste Mal gesehen, Dating Pyramid Head oder sowas. Aber diese Art und Weise des Scherzes oder wie dieser Scherz kommt oder wie diese Pointe kommt, dass man etwas aus dem Videospiel nimmt, das die in die Realität überträgt. Und, keine Ahnung, der verskillte Magier beispielsweise ist immer noch ein Favorit von mir. Oder ich glaube, bei Assassin's Creed, der Bauer, der sauer ist, dass ständig irgendwelche Leute in seine Heuhäufen springen oder so und der den dann wegkickt und dann fällt der Assassine auf die Fresse. Diese Art des Humors, die seh ich jetzt, sag ich jetzt, und da könnt ihr mich gern korrigieren, ob's das vorher gab oder nicht, aber die hab ich seitdem dann auch, das ist eine Sprache, die geformt wurde, die, glaub ich, von vielen anderen auch übernommen wurde. Gut, können wir jetzt nicht? Ja, nein, endet das gut. Ja, ich find, also, ja, es ist so eine Mischung, also, ich muss auch immer an sowas denken wie Family Guy oder zum Beispiel bei Robo Chicken hast du ja auch, der Imperator stürzt bei Star Wars runter und Robo Chicken zeigt dann quasi die Szene da, wo der Film Cut macht, zeigt dann, okay, da unten ist einer, der muss die Reste vom Imperator aufwischen. Das, find ich, ist auch so ein bisschen, also, was mir an Game One auch immer so gefallen hat, als Fan oder als jemand, der wirklich Videospiele gemocht hat und geguckt hat, war, dass es war einfach nicht nur ein Witz, das war ja auch immer das, wo wir immer wieder drauf geachtet haben, wenn wir die Sendung gemacht haben, bei euch ja auch, dass man guckt, dass der Joke auch irgendwas mit, also, dass der bestenfalls einen Kritikpunkt herausarbeitet oder einen Punkt, den der Redakteur eben klar machen will, weil du kannst natürlich immer irgendwie einem einen Amboss auf den Kopf fallen lassen, aber die Frage ist dann, aber was hat das mit Kirby zu tun? In dem Fall, weil mit Kirby hat's vielleicht sogar was zu tun, aber ne, aber die Kunst, der kann das ausspucken, der hat den vielleicht einsaugen, genau, der kann die einsaugen, ausspucken, aber die Kunst, das ist eine Einspielerbesprechung, übrigens, aber die Kunst war es halt immer auch, finde ich, lustig zu sein, aber auch irgendwas dabei zu transportieren und irgendeinen Punkt damit klar zu machen und das war, ist auch nicht immer gelungen, weil oft war auch die Verlockung da, einfach irgendwas Lustiges zu machen und man sich gefragt, okay, aber was hat das mit dem Spiel zu tun? Ja, keine Ahnung, ist aber halt lustig so. Was aber auch okay ist, wenn es lustig ist, finde ich, das darf auch dann manchmal sein, also Sinnlosigkeit und Lustigkeit darf sein, aber was, ich hab das, glaube ich, 2010, hab ich das irgendwann mal so formuliert, meine ich noch im Kopf zu haben, weil was ich wichtig fand an Game One, wir waren eben nicht nur ein Videospiel-Journalismus-Magazin, das sich einfach ein Spiel angeguckt hat, getestet hat, das war's, so, sondern wir haben, so empfand ich das auch immer, was in diese Videospiel-Kultur zurückgegeben, weil wir eben Sachen kreiert haben damit, solche Szenen, also wie den Assassinen, wir haben, wie hieß das noch, Coming Soon hatten wir, mit Metroid und diese ganzen Sachen, wo dann so eine Kugel Matt runterfällt, wir haben irgendwie versucht, aus Videospielen und aus dieser Videospiel-Kultur und aus diesen Themen irgendwas Neues zu basteln, was darüber hinausgeht, einfach Journalismus zu sein, sondern es war dann eben auch Entertainment, oder das war irgendwie was Neues. und das hat mir daran relativ viel Spaß gemacht, weil, also ich hatte mal, das weiß ich auch noch, 2008 war ich auf einem Event, ich glaube, das war Age of Conan und da saß ich dann da abends beim Bankett, vermutlich, und irgendein Redakteur einer Printed, also eines Videospiel-Magazins, fand das so ein bisschen albern, was wir da machen, also dieses MTV-Magazin, Entschuldigung, also wie wollt ihr denn da die Leute richtig informieren? Und ja, nee, ist richtig, wir können die nicht so gut informieren, wie ein zwölfseitiger Beitrag in der Game sonst was, aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern es geht um Entertainment, es geht um sich mit dem Spiel auseinandersetzen, damit ein bisschen Spaß haben. Und guckt, wo sie jetzt sind und wo Game 2 jetzt ist. Ganz kurz, da hab ich noch was zu sagen, weil das ist nämlich ein guter Punkt, im Sinne von, dass Games immer so, also so gerade Tests und Reviews, so bierernst gewesen, finde ich, das ist so ein Thema, weil die Deutschen lieben es auch Sachen auf Herz und Nieren zu prüfen und die Autotür von allen Winkeln zu zeigen und schließt sich mit so und so viel Dezibel und so ein Kram und da kamen auch die ganzen Tests von Videospielen waren ja immer bierernst, da wurde alles genau zerlegt und gemacht und wir haben das schon bei Giga damals gemerkt, wenn du Scherze gemacht hast, dann wurde dir sofort die Kompetenz abgesprochen und bei Game 1 war das auch so, da wo Humor stattfindet mit Games, kann automatisch in der Annahme keine Kompetenz stattfinden, weil sich Kompetenz und sich über irgendwas lustig machen irgendwie scheinbar beißt, haben zumindest viele so gedacht und ich finde das bis heute sehr ungerecht, gerade auch bei Game 2, Game 2 würde ich sogar noch ein bisschen journalistisch stärker sehen als Game 1, Game 1 war noch ein bisschen verrückter vielleicht oder anarchischer, aber in beiden Formaten, finde ich, hat man immer gemerkt, die Leute, die da dran arbeiten, das sind einfach Hardcore-Zocker, die dieses Hobby seit klein auf kennen und teilweise auch in diesen Bereichen journalistisch gearbeitet haben, ausgebildet sind oder so, also das wurde den Leuten nie gerecht, wenn man denen sagt, ja jetzt machen die irgendeinen Quatsch und dann wurde ein Beitrag auf den Einspieler reduziert, dabei waren die Punkte, die genannt wurden, waren exakt so wie in einem 15-seitigen Artikel in irgendeinem Games-Magazin und ich finde, das ist das Schöne an Game 1 und Game 2, dass eben, ja, dass man zeigt, dass man auch Games auch mal, ne, nicht alles so ernst nimmt, es soll ja auch Spaß machen. Ich finde sogar manchmal, vielleicht um da noch anzuschließen, dass es manchmal sogar Möglichkeiten gibt, so bei so Game 1 und auch bei Game 2 darüber hinaus noch Sachen zu erzählen, in einem Bericht, in einem Test, in einer Zeitschrift gar nicht so, oder vielleicht könntest du es, aber es machen, glaube ich, relativ wenig Leute, zum Beispiel auch so diese Metathematiken, wie zum Beispiel, was für ein Gefühl hast du eigentlich dabei, dieses Spiel zu spielen, so das kommt oftmals in so geschriebenen Tests eigentlich viel zu kurz und das kannst du natürlich auch durch die Videoebene, dadurch, dass wir ja auch als Akteure vor die Kamera treten können und sagen können irgendwie, was diesen Prozess irgendwie stattfinden lassen können, wie wir dieses Spiel reviewen und so weiter, das kannst du damit zum Beispiel einbauen, und auch manchmal so persönliche Dilemma, in denen du eigentlich bist, wenn du diesen Test machst, das kriegst du ja bei einem geschriebenen Test gar nicht mit, dass du ganz oft ja Spiele hast, gerade in der heutigen Zeit, die ja eigentlich alle so ein gewisses Qualitätsminimum haben, wo du sagst, na ja, klar ist das ein gutes Spiel, klar ist das ein gutes Spiel und dann musst du aber natürlich trotzdem irgendwie Punkte finden, die du kritisieren kannst und auch irgendwie, manchmal hast du vielleicht auch eine Kritik, die sich gar nicht so einfach in Worte fassen lässt oder die auch vielleicht ein persönliches Ding für dich ist, wo du dann halt einfach in einem Game-Two-Beitrag die Freiheit hast, sagen zu können, ja, Leute, das ist einfach etwas, was ich jetzt persönlich so sehe und zwar aus den und den Gründen und diese Punkte kannst du dann halt auch humoristisch aufarbeiten und so dich vielleicht auch immer über dich selber lustig machen, das sind alles so Ebenen. Redest du über Mario Odyssey? Also ich finde, es gibt ganz viele Beiträge davon, wo ich das eigentlich schön finde, dass man oftmals einfach, äh, ja, Ebenen einfließen lassen kann in den Review, die du so in der Zeitschrift einfach niemals lesen würdest. Ich glaube auch, dass da uns so ein bisschen die Entwicklung des Videospieljournalismus in die Hände gespielt hat. Also ihr bei Game One wart da viel eher Vorreiter, wir bei Game Two haben es ja eigentlich nur übernommen, aber dass sich da ja auch mittlerweile was verändert hat, also eben dieses klassische auf Herz und Nieren und im Detail irgendwie alles analysieren, das wird zwar schon auch immer noch mal ein bisschen gemacht, also mehr als jetzt bei Game One und bei Game Two, aber gerade diese persönliche Note, die halt bei uns ja auch immer ein bisschen ausgeprägter war oder halt wie du gesagt hast, dass man eben auf Dinge viel anders, auf eine andere Art und Weise eingehen kann und auch, dass man halt eben mal durchaus ein bisschen verkürzen kann, dass man nicht auf jedes Detail eingehen muss, das ist ja was, was jetzt immer mehr vertreten ist und wo das uns jetzt eigentlich im Nachhinein immer mehr Recht gibt. Also ich habe das auch tatsächlich sehr selten, wir haben das ja in diesem Beitrag eher so aus Spaß gemacht, dass wir so als Blödeltrupp wahrgenommen werden, aber ich glaube tatsächlich, dass es das gar nicht mehr so ist oder dass es es gar nicht gibt. Also zumindest alle Kolleginnen, die da mitgemacht haben, die hätten das wohl nicht unterschrieben. Denen musste ich das auch aufzwingen. Ja, bitte, Ucke. Also ich glaube, es kann gut sein, dass ihr ein Blödeltrupp wart. Das ist nur Quatsch, dass ich das sage, weil wir waren oft definitiv schlimmer. Deshalb ist das eben Quatsch, wenn ich mich über euch beschwere. Die sind noch nicht blödlich genug, könnte ich dann höchstens sagen. Aber faszinierend ist ja auch, also meine erste Games Convention mit Game One, ich war 2007, bin ich zu Hause geblieben, 2008 bin ich hin. Wir waren ja die Einzigen mit Kameras. Da war niemand mit Kameras sonst. Das gab es da noch gar nicht. Und immer, wenn wir zu Events gefahren sind, dann waren die nicht für uns gemacht. Dann gab es da ein paar Anspielstationen. Du konntest aber die footage nicht aufzeichnen. Und es gab eigentlich nie was für uns zum Filmen, außer uns selber, wie wir dann irgendwie so stehen. Und auch, dass man darüber nachdenken muss. Das ist ja inzwischen komplett anders. Inzwischen, naja, relativ schnell hatten alle bessere Kameras als wir, muss man auch sagen. Wir hatten, wir hatten sie die Königin der Nacht, weil sie so gut im Dunkeln filmen konnte. Und da, das hat sich ja total verändert. Und das finde ich, finde ich da ganz, ich wurde wieder irgendwo drauf hinaus und habe es in der Zwischenzeit wieder vergessen. Okay, dann lass mich das noch mal aufnehmen. Achso, nein, nein. Ich wollte noch was anderes sagen. Ist gut, ist gut. Das, was ihr gerade beschrieben habt. 2004 wurde der Begriff des New Games Journalism geprägt von Kieran Gillen, der inzwischen überhaupt kein Spielejournalist mehr ist, sondern Comics sehr gut schreibt. Und das ist ja das, also diese persönliche Erfahrung, die man mit Spielen hat. Und das finde ich bei euch jetzt wieder ganz interessant und das finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Ich habe jetzt gerade die 250. Folge geguckt, wo, glaube ich, weder Ede noch Nils noch Budi noch Simon drin vorkommt, sondern das wird vom schönen Trant moderiert. Und ihr steht ja sehr im Vordergrund. Und ich finde es zum Beispiel super, dass unter jedem Beitrag jetzt der Name des Redakteurs steht. Das finde ich total gut. Also das war bei uns nicht der Fall. Es gab eben nur Simon und Budi. Was für mich auch total Sinn macht. Ich stehe da nach wie vor total hinter, dass es so war, weil wir eben, es war ein anderes Designziel, hatte diese Sendung. Aber ihr seid, glaube ich, viel mehr jetzt so ein Community-Ding, was im Netz geguckt wird, wo die Leute auch die Leute kennen, die dahinter stehen. Ein Ensemble einfach. Es ist einfach mittlerweile ein Ensemble. Was ist das nochmal, Ede? Ein Ensemble. Was, was nochmal? Ensemble. Gut, ein Ensemble an Leuten, die on air sind. Ensemble. 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 Und das ist faszinierend, weil das geht natürlich in einer 15-minütigen Fernsehsendung kannst du das nicht machen, wenn da plötzlich 100 Leute sind. So. Ich muss auch immer erst gucken, wer ist das nochmal? Es hat ja auch alles seine Vor- und Nachteile, weil du kannst natürlich immer fragen, wer ist das jetzt gerade und warum sollte mich das interessieren, wenn das ein Redakteur ist, den du vielleicht einmal überhaupt erst gesehen hast. Auf der anderen Seite finde ich, also es ist schwer, mich da rauszudenken, weil ich kenne die Leute natürlich so und ich kann mich immer schwer reinversetzen in jemanden, der dann keinen kennt und sagt, wer ist denn das? Aber ich finde das immer interessant, weil gerade bei Game 2, bei Game 1 war es ja sehr schwer, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, vor die Kamera zu kommen, aber bei Game 2 habe ich das Gefühl, dass da auch ganz viele tolle Leute entdeckt wurden und ihr dadurch natürlich auch noch viel geiler besetzen könnt für einen Sketch oder für irgendeine Rolle oder so, weil ihr ganz viele unterschiedliche Typen zur Auswahl habt. Und das ging bei Game 1 zum Beispiel in der Form nicht, weil es halt am Anfang zumindest immer Simon und Budi waren und ein bisschen Gregor. Ich glaube, das war auch eine der größten Aufgaben, die wir dann irgendwie so hatten einfach bei Game 2, dass wir uns natürlich auch irgendwie gezwungenermaßen so ein bisschen emanzipieren mussten von euch, einfach weil ja die Situation eine ganz andere war als ich damals. Selbst als ich angefangen habe, war es ja so, da waren irgendwie, keine Ahnung, 25 Leute oder was und die haben ja alle nur diese, also da gab es game1.de und es gab die Sendung. Also es hat sich aufgeteilt in die Webseite und in die Sendung. Aber ansonsten haben ja alle an diesem einen Projekt zusammengearbeitet, auch ihr. Und dass es natürlich, als Game 2 gestartet ist, war es ganz anders. Da gab es schon Rocket Beans, den riesen Sender mit super vielen Leuten und so weiter. Ihr wart eingebunden bis sonst wohin irgendwie mit allen möglichen Aufgaben. Und das war natürlich auch ein bisschen scary für uns, dass wir dann halt wussten, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, dass dieses Gefühl zu überwinden, was jetzt Uke da zum Beispiel beschrieben hat, dass du natürlich dann da irgendwelche Leute siehst, die du nicht kennst. Und dass du, da steht dann Game 2. Wir haben ja auch lange über den Namen geredet, okay, nennen wir das jetzt Game 2, weil es natürlich auch irgendwie so eine Bürde ist, dass du dann halt natürlich der Nachfolger davon bist und dann irgendwie in diese Fußstapfen treten musst mit halt anderen Leuten. Da hatten wir natürlich alle irgendwie Schiss vor. Aber ja, ich finde auch, dass das eigentlich, wenn du es so siehst, also für mich war das immer eine Chance, dass du einfach, wie du schon sagtest, jetzt, du kannst Leute besetzen, du hast unterschiedliche Charaktere irgendwie, auch natürlich unterschiedliche Skillsets. Du musst auch nicht irgendwie so tun, als würde alles nur, ihr würdet alles von euch vieren kommen, sondern du kannst eben sagen, von wem der weiter ist, du kannst die Person auch zeigen und so und du kannst, die Person kann aus ihrer eigenen Perspektive heraus sprechen, das ist schon eigentlich, also finde ich, ein Vorteil. Genau, das war glaube ich halt was, was wir auch lange dann für uns herausfinden mussten, wie das dann eigentlich aussieht, was dabei rauskommt. Viele von uns waren dann am Anfang erst mal auch ein bisschen verschreckt, sozusagen, okay, verdammt, Game 1, das ist das Erbe von Game 1, das muss Game 1 sein, bis man dann halt so langsam seine eigene Stimme findet. Aber das stimmt alles. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurück zu diesen ganzen Arbeitsschritten kommen, die sozusagen bei Game 1 an so einem Beitrag waren, nur das vorhin ganz am Anfang halt einmal so ein bisschen grob skizziert, dass ihr zum Beispiel mit externen Cuttern gearbeitet habt, zu denen ihr dann wieder hinlaufen musstet. Wie sah denn so ein klassischer Game 1-Beitrag aus? Wie ist denn der entstanden? Wie viel Zeit hat man für so einen Beitrag? Kann man das einer von euch gucken? Das hat sich wahrscheinlich auch mal verändert. Also das hat sich natürlich, es war auch unterschiedlich, je nachdem, wer zum Beispiel auch den Beitrag gemacht hat, gab's ganz unterschiedliche Herangehensweisen und so. Ich erinnere mich, ich weiß noch genau meinen ersten Beitrag, da hat Uke mir auch einfach mehr oder weniger gesagt, ja mach mal. Und ich war am Anfang, ich hatte richtig Schiss, es war mein Beitrag zu Super Metroid, es war glaube ich ein Ausgegraben. Und ich hatte gar keinen Plan, wirklich, ich hatte dann irgendwie, ich hatte so Ideen für ein paar Sketche, die ich machen will. Und dann stand ich da mit meinem Tape und ich wusste ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Also ja, dann geh mal da hin und spiel das mal über. So und ich so, was heißt das genau? Was heißt überspielen? Was bedeutet das? Ich war ja, ich kam, bei Giga war ich nur vor der Kamera, bei GameOne.de hab ich halt Artikel geschrieben oder so, aber ich hatte jetzt nicht wirklich trotz dem, dass ich schon lange in Anführungsstrichen in dem Business war, hatte ich ehrlich gesagt null Erfahrung, wie man einen Fernsehbeitrag in dem Sinn macht. Bei Giga gab's keine Matzen in dem Sinne. Bei GameOne.de, ja klar, da hab ich dann mit Premiere selber so ein bisschen was geschnitten, aber so ein Fernsehbeitrag für MTV, der dann auf MTV ausgestrahlt wurde, da hab ich erst mal gedacht, ach du Scheiß, ihr könnt mir doch nicht hier die Verantwortung übergeben oder so. Man hat dann immer jemanden gefunden, der einem geholfen hat, aber es war tatsächlich schon, weil das Team war eingespielt und es war wirklich so, ja, die anderen machen das auch allein, die müssen das auch machen und wenn du mitschwimmen willst in diesem Haifischbecken, dann musst du halt funktionieren oder es geht halt nicht, aber du hast halt keinen, der sich hinsetzt und sagt, so, Eddie, jetzt mach ich das mal für dich und dann zeig ich dir das mal und so. Das war also, das war schon mal für mich damals ein erster Aha-Moment, weil du siehst natürlich, wenn du die Sendung siehst, siehst du einen Beitrag und denkst dir, ach wie toll, das Spielspielen und einen lustigen Sketch spielen, aber die Arbeit, die dahinter steckt, die Gedanken, das ist viel Arbeit, das wisst ihr ja auch, ne? Und damals war das halt so, also Uke kann das gleich auch nochmal sagen, wie das davor vielleicht dann war, aber es war halt wirklich so, du schreibst halt erst mal, erst mal kriegst du das Spiel, dann musst du es natürlich erst mal spielen, um dir eine Meinung zu machen, dann schreibst du einen Text dazu und dann überlegst du dir natürlich noch in der Redaktionskonferenz gemeinsam dann, ja, was könnte man da Lustiges machen, stellst vielleicht ein paar markante Stellen vor, ja, bei dem Spiel stirbt man dauernd oder das ist viel zu schwer, die Bosse sind super hässlich, also stellst halt irgendwelche Sachen raus, die dir aufgefallen sind, dann wurde gebrainstormt, meistens waren es dann so Leute wie der Trant oder so, die dann auch ne geile Idee hatten und, ähm, ja, du musstest dir aber auch überlegen, was ist umsetzbar, weil du konntest dir natürlich überlegen, ja, keine Ahnung, und dann kommt ein Düsenjäger rein, ja, aber wo kommt denn der Düsenjäger her? Wer macht den Düsenjäger? Wer hat denn dann Jay? Gunnar baut ihn aus Papier. Genau, entweder baut den Gunnar aus Papier oder baut den Jay in so viereckigen, äh, Figuren irgendwie so, und dann hast du das, musstest du das, ja, da muss das gecuttet werden, dann saßt du neben dem Cutter, hast es dem genau gesagt, wie du dir das vorstellst, auch da gab's komplette Unterschiede zwischen, ne, zwischen den unterschiedlichen Cuttern, da hattest manche, die wollten einfach, dass du die Schnauze hältst und dir irgendwas, also am besten den Raum verlässt und dann rufen sich nach zwei Stunden rein und sagen, gefällt dir das? Dann gab's andere, die saßen da und sagen, ja, was soll ich machen? Sag mal, welche Musik, welche Szene? Also ganz unterschiedliche Herangehensweisen, das kann man gar nicht so verallgemeinen. Haben die Gaming-Expertise mitgebracht oder musst du mit denen sehr viel erklären, damit die halt wussten, was sie da überhaupt machen? Ne, die hatten fast, also die haben das dann natürlich, weil das waren, ne, Uke, das waren alles dann Cutter, die dann auch über Jahre schon dabei waren, also zu dem Zeitpunkt, wo ich Beiträge gemacht habe, hatten die schon Ahnung, aber ich glaub am Anfang eher nicht. Es hatte einmal, du musst es so sehen, Sebastian, also als ich den Job gekriegt hab, als CVD, hab ich ihn gekriegt, weil ich der Einzige war, den sie gefunden haben, der sowohl eine Fernseherfahrung hatte, als auch eine Videospielerfahrung. Also ich hab mal für Eidos gearbeitet und so. Das gab es nicht. Das hat niemand vorher gemacht. Das aber hat kein Cutter, die wussten, vielleicht war, was für ein paar Spiele sind oder so, aber das hatte keiner. Das wusste einfach keiner. Und natürlich bei der Zeit, wo Ede reinkam, wussten die sehr viel, muss man auch dazu sagen. Und dann, es gibt ja ein gewisses Schema, wie so Dinge funktionieren, das hatten die dann schon drauf. Aber normalerweise, du hast zum Beitrag, du hast deine Musik mitgebracht, nutzt ihr GEMA-Musik? Ich weiß das gar nicht. Ja, ne? Ihr dürft auch GEMA-Musik benutzen. Und genau, du hast deine Musik mitgebracht, du hast im besten Fall einen Off-Text geschrieben oder sogar selber eingesprochen, sodass der Cutter den irgendwie abarbeiten konnte. Ich fand immer nie, dass das das beste Ergebnis ist, ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen. Warst du jetzt selbst eingesprochen, oder was, meinst du? Ja, fand ich immer, aus jedem Grund hat das, irgendwie hatte ich das Gefühl, es hat nicht die besten Ergebnisse hervorgerufen. Weil weniger pointiert. Ich frag mich warum, aber meine ich mich so dran zu erinnern. Eigentlich macht das keinen Sinn, aber es war, glaube ich, so. Für mich war das, oder das Interessanteste war, dass wir früher die Videospiel-Footage überhaupt in den Rechner reinzukriegen, war eine Riesenaufgabe. Das ist ja heute, also wenn du Content generieren willst, ist das Einfachste, einfach ein Let's Play zu machen oder ein Stream, weil das so einfach ist. Das war früher total schwierig. Du musstest den Scan-Converter einstellen, dann musstest du das Bild einstellen. Ich hab das immer Markthöfs machen lassen oder Trant, weil das war schon für mich die erste Hürde, wo ich keine Lust mehr hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hast du da gesessen und hast die Footage eingespielt, hast die Situationen rausgesucht, die interessant sind. Also ich hab immer angefangen, wenn ich einen Beitrag gemacht hab, ich hab das Spiel gespielt, ich hab mitgeschrieben, ich hab's auf mich wirken lassen, ich hab geguckt, welchen Punkt könnte ich rausarbeiten, wo könnte ich das in den Kontext stellen. Genau, so in etwa lief das bei mir ab. Man muss dazu sagen, wir waren sehr viele Leute in einem sehr kleinen Raum und ganz am Anfang saßen wir bei unseren Schnittplätzen in Altona. Das hat sich nachher ein bisschen geändert. Also nachher sind wir mal mit der ganzen Firma umgezogen und da gab's neue Schnittplätze, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und unsere Einspielstation stand im Serverraum, von uns auch Brüllraum genannt, weil also was da für Dezibelzahlen herrschten, das ist glaube ich, Health and Safety technisch war das glaube ich nicht erlaubt. Also es war ganz schlimm. Und das Studio war völlig woanders, das stimmt. Und wir hatten ganz am Anfang zwei Drehtage, dienstags und mittwochs. Nachher war es nur noch einer, es war einfach nur dienstags. Der begann damit, dass wir Simon geweckt haben, ins Studio gefahren sind, gedreht haben und am Nachmittag dann die verschiedenen Einspieler gemacht haben. Und Donnerstag nachts war glaube ich die Abgabe. Und muss ich lügen, ich glaube es war so, dass dann immer schon ein Fahrer gewartet hat, es musste um irgendeine bestimmte Uhrzeit fertig werden, der das Ding dann zur MTV gebracht hat. Und die Mods wurden auch selber geschrieben? Genau, die wurden tatsächlich selber geschrieben. Ja, die wurden selber geschrieben. Und man muss schon sagen, also das war alles auch eher hart, also im Videospielbereich würde man das Crunch nennen, was wir da regelmäßig gemacht haben. Also ich war, wenn Donnerstag die Sendung fertig sein musste, das war immer zwischen acht und drei Uhr morgens, wenn sie fertig wurde. Also immer, so es ging nicht anders. Das war echt hart auf Kante immer. Aber wie Ede vorhin schon gesagt hat, also wir haben das ja geliebt. Das war ja Passionsding. Das war zwar irgendwie, hat uns alle glaube ich ein bisschen geschlaucht, aber wir haben das alle geliebt, daher war das okay. Aber es war schon viel Arbeit. Es war halt auch oft war es so der eigene perfektionistische Ansatz. Weil das war auch immer so, wie bei euch ist es glaube ich auch heute noch so, dass du siehst, was der andere macht und du findest es lustig und dann willst du natürlich nicht in der Sendung den Beitrag haben, wo man sagt, boah ganz nett, sondern wolltest auch einen geilen Gag oder einen geilen Beitrag oder so und so hat man sich gegenseitig halt auch immer gepusht, was leider auch sehr ungesund war und wirklich, da warst du ja dann auch schon dabei, wenn man dann so an die letzten Folgen denkt, irgendwelche Special-Folgen, die schon so fast so Spielfilmcharakter hatten. Xbox-Folge. Ja, Xbox-Folge und so, wo man wirklich wahnsinnig geworden ist, weil man natürlich immer gedacht hat, so naja, theoretisch ist das auch möglich und es gab dann irgendwie nie so, also das war, das hab ich immer als Gefahr gesehen bei Game One, dass du nie irgendwie sagst, so stopp, das reicht jetzt aber auch mal, weil du konntest es immer noch ein bisschen geiler machen, immer noch ein bisschen besser, da könnte immer noch was rein oder so. Aber ich finde auch, da sieht man, dass Kreativität total davon lebt, wenn es so eine Beschränkung gibt. Also deshalb, daher kam ja dieses Hauen und Pappe-Ding, weil wir hatten eigentlich nicht viel Budget, wir mussten mit total wenig dann eben was machen und eigentlich, wenn wir uns hingesetzt hätten und gesagt hätten, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht, dann wäre diese Sendung also sehr schnell sehr langweilig geworden, weil diese Grenze aber so eng war, sind wir, glaube ich, immer wieder drüber hinausgegangen und haben gedacht, wie kann man das denn jetzt noch pushen? Wie kann man das denn jetzt noch größer machen? Und ich weiß noch, wie Simon einmal sehr sauer war auf mich, ich glaube, es war beim Halo Wars Beitrag, sehr sauer auf mich persönlich, dass er diesen 15 Minuten Beitrag jetzt nicht in 5 Minuten reinkriegen könne. Das war irgendwie meine Schuld. So und ich erinnere mich an den sehr traurig aussehenden, also ich musste leider sagen, Simon, es tut mir leid, ich kann die Gesetze von Raum und Zeit nicht verändern, ich wünschte, ich könnte, aber Simon war sehr sauer auf mich und ich sehe noch das traurige Gesicht des Cutters vor mir, der das jetzt dann irgendwie hinkriegen musste. Da hat man dann auch schnell die Tür zugemacht und hat gesagt, die kriegen das hin, die Jungs. Das läuft schon irgendwie. Ich musste bei dem Crunch-Thema auch ein bisschen an unsere Anfangszeit denken, weil ich glaube, am Anfang hatten wir da auch schon ganz schön viel zu schwitzen. Also wir hatten das, glaube ich, letzt gerade erst, dass du dir irgendwie alte Folgen angeguckt hast und dann auch so dachtest, ey, wir haben das eigentlich mit so wenigen Leuten geschafft, mehr zu liefern als jetzt heute tatsächlich, weil selbst heute ist es ja noch auf Kante. Es passiert ab und an auch jetzt noch, dass man halt eben doch länger machen muss als eigentlich gedacht. Aber es ist halt wesentlich humaner als am Anfang. Vielleicht können wir ja auch noch mal ein bisschen, vor allen Dingen du jetzt natürlich, das mal so ein bisschen abgleichen, wie es jetzt bei Game Two ist, um das mal so ein bisschen gegenüberzustellen, natürlich, weil unsere Zuschauer das ja nicht wissen, wie genau das läuft. Ja, also ich meine, das ist eigentlich vom Ding her noch das Gleiche. Auch so dieser Rhythmus, so, sage ich mal, zweieinhalbwöchiger Rhythmus. Also du hast so jede zweite Folge normalerweise einen Beitrag. Das ist mal anders, also einen großen Beitrag, man muss ja immer unterscheiden zwischen jetzt zum Beispiel sowas wie News oder so, so kleine Sachen oder halt große Beiträge, wo man natürlich auch sagen muss, große Beiträge sind bei Game Two viel, viel größer als, also es sind eigentlich zwei oder zweieinhalb Game One-Beiträge. Ich weiß noch, ich habe damals Dark Souls 2 Review gemacht und habe gesagt, okay, ich möchte gerne sieben Minuten haben und das war schon so, wow, okay, sieben Minuten für ein Spiel, krass. Na gut, aber nur, weil es Dark Souls ist, habe ich dann sieben Minuten bekommen und jetzt, also Trant haut ja 15 Minuten raus oder sowas, so, das ist halt schon, das ist natürlich schon erstmal ein Unterschied, aber so die generelle Struktur ist ähnlich. Was ich finde, was sich krass verändert hat, sind die Drehs. Also wir hatten ja damals, wo ich bei Game One war, einen Drehtag, wenn du hast gesagt, die hatte am Anfang zwei, wo ich dann da war, hatten wir nur Freitags Drehtag und das ist, finde ich einfach mittlerweile krass, weil wir haben teilweise zwei, zweieinhalb Drehtage für eine Folge und auch so der Scope von den ganzen Drehs ist einfach viel, viel größer. Also ich kann mich zum Beispiel an sehr, sehr wenig Game One Drehs erinnern, wo wir überhaupt mal Licht gesetzt haben. Das ist ganz oft einfach irgendwie so, hier, nimm die Kamera in die Hand, wir hatten da hier so einen Camcorder irgendwie und dann stehst du da einfach unterm Baum und schießt da halt einfach irgendwie Available Light mäßig da irgendwie in die Baumkrone rein. Ganz viele Sachen irgendwie im Park einfach und so, also ganz wenig zum Beispiel mit Licht, also so kleine Sachen, was man schon sagen muss, da hat sich natürlich auch einfach die Technik krass weiterentwickelt, ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit der SD-Zeit, wo du da irgendwie in 480p irgendwie alles im Fernsehen gezeigt hast. Und da muss man natürlich jetzt auch schon ein bisschen mehr abliefern, auch natürlich, weil wieder die Konkurrenz auch viel krasser ist, alle anderen machen auch viel krassere Videos und so weiter. Also das hat sich schon heftig verändert. Und so diese Crunch-Thematik, das ist glaube ich auch so was, was man von außen immer ganz schlecht sieht, aber das natürlich auch so ein Antrieb ist, das irgendwie so ein bisschen zu versuchen zu verhindern, also einfach irgendwie Strukturen zu schaffen, in denen du chilliger, nachhaltiger arbeiten kannst. Das merkt man natürlich am Endprodukt jetzt nicht so sehr, aber das ist auch einfach ein langer Weg. Und wir haben auch angefangen und uns da irgendwie totgemacht die ganze Zeit und dann irgendwie über diese ganze Zeit jetzt irgendwie versucht zu schaffen, dass man sich eben nicht mehr totmacht. Und das ist echt nicht so easy. Ich glaube, was mein Learning so ist, weil am Ende von Game One war halt das gesamte Team ausgebrannt. Also wirklich, ich meine, Trant ist komplett woanders hingegangen, weil er nicht mehr konnte und wir als auch die Hosts und so weiter, da kam dann natürlich noch Rocket Beans TV oder so, aber dieses Format hat alle Kräfte von allen so krass abgesaugt. Alle waren irgendwann, weil als sie gegangen sind, waren wirklich kaputt. Man hatte wirklich das Gefühl, man hat alles da rein, was man hatte und ich muss sagen, am Ende hat es auch dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Also das war natürlich immer wieder, gab es Highlights, wo ich sage, der einzelne Beitrag oder der Sketch hat Spaß gemacht, aber als Ganzes muss ich sagen, hat es sich schon sehr schwer am Ende angefühlt, weil es einfach, ja, da kam natürlich dann auch noch dazu, dass es zwar einerseits erfolgreich war, aber du hast von dem Erfolg ja gar nichts gemerkt, weil der Erfolg ist nicht zurückgeflossen in die Firma im Sinne von, ja, wir haben jetzt mehr Geld oder wir kriegen jetzt einen Cutter mehr oder einen neuen Kamera oder ein neues Equipment oder mehr Sendezeit oder so, sondern im Gegenteil, wir haben geknechtet und geknechtet und gemacht und gemacht, die Folgen wurden gefühlt geiler oder was heißt geiler, es waren geile Folgen dabei, aufwendige Folgen und dann kam MTV und hat gesagt, ja, jetzt nur noch halbe Sendezeit, halbes Budget, nur noch alle zwei Wochen, nur noch irgendwie, ständig wurde irgendwie, hast du das Gefühl gehabt, du wurdest von Viacom oder von dem Sender, wir haben mehr oder weniger alles andere in diesem Laden mitfinanziert und nichts ist zurückgekommen und das war natürlich schon sehr frustrierend. Ja, sogar das Gegenteil, ne? Ja, das Gegenteil. Du hast dann von Viacom sogar noch immer dieses Damoklesschwert dann irgendwann über dir gehabt, dass die gesagt haben, ja, okay, jetzt Sendung nur noch halb so lang, okay, jetzt nur noch alle zwei Wochen irgendwann, was weiß ich, was noch alles kam, du hast gar nicht mehr so dieses Vertrauen und du hast, das hat natürlich auch irgendwie megaviel Stress dir zusätzlich noch bereitet. Ja, auch Existenzängste, alle hatten Existenzängste, ich mein, das war eh bei Game One immer latent vorhanden, weil am Anfang ja keine Festeinstellung, was auch nicht ging, weil irgendwie MTV ja gesagt hat, wir machen noch zehn Folgen, dann machen wir noch mal fünf Folgen oder so, da konnte natürlich auch dann Riesenburhai schlecht sagen, wir stellen euch für ein Jahr oder für zwei oder unbefristet ein, wenn du nicht wusstest, ob der Auftrag überhaupt in zwei Monaten noch existiert, also es war so eine, ja, es war sehr unsicher alles und es hat alles mit eingespielt und so ein kleiner Teil von mir, so traurig er auch war, war auch ein bisschen erleichtert, als Game One dann zu Ende war, auch wenn wir nicht so richtig wussten, wie es weitergeht, aber also man hat schon gemerkt, ewig geht das auch so nicht weiter und da hat sich Gott sei Dank viel geändert, auch wenn es immer noch, weiß ich, mega anstrengend und so ist, aber das ist auch mein Rat an euch oder an alle, die da dran arbeiten, guter Beitrag, schön und gut, aber ihr müsst immer auch den Spaß behalten, weil wenn ihr den Spaß nicht mehr spürt, also wenn es keinen Bock mehr macht, wenn es sich nur noch wie eine Bürde, wie eine Pflicht anfühlt und man nur noch abliefert und zum nächsten und wieder abliefert, dann wirkt sich das irgendwann auch natürlich auf den Inhalt aus und ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man irgendwie, die Spielregeln, also dass man das schafft, innerhalb eines Rahmens, wie Uke auch gesagt hat, abzuliefern und du trotzdem, du musst noch ein Leben haben, du musst noch ein Sozialleben haben, du musst auch Spaß am fucking Spielen haben, all diese Sachen, aber es ist schwer. Was dazu auch noch reinspielt, das würde mich auch immer interessieren, ob das so, also Uke, ob das bei euch zum Beispiel damals auch schon so war, ich fand was so ganz krass, auch noch zu diesem Stress irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, das ist auch ein Vorteil, aber du hattest nie so diese Routine irgendwie, es ist immer so, jede Woche war immer irgendwie was Neues, du hast ständig irgendwas zum ersten Mal gemacht und du hattest eigentlich nie so, keine Ahnung, wo ich bei Computech war, da hast du halt immer deine Newsmeldung geschrieben und am Anfang hast du da natürlich irgendwie ewig gebraucht für so eine Newsmeldung, musstest erst mal gucken, aber keine Ahnung, nach zwei Wochen hattest du da einfach Routine, du wusstest genau, alles klar und hast die in zehn Minuten rausgeballert und bei Game One und auch bei Game Two, es ist heute noch nicht so, dass man irgendwie so denkt, ja, läuft alles so, du hast, du weißt ja genau, wie du's machst und so, weil du hast jedes Mal ein neues Spiel, du hast jedes Mal einen neuen Beitrag, hast immer dieses leere Papier vor dir, wo du halt, und du hast ganz oft Situationen, wo du irgendwas noch nie gemacht hast, so zum Beispiel, was weiß ich, die VR-Folge oder damals bei Game One war es dann eben die Xbox-Folge, wo wir mal so einen ganzen Film dann irgendwie so gemacht haben, eine Folge hast du noch nie gemacht. Ich weiß noch, wie Trant und ich, wir hatten so Angst, dass das mit diesem One-Shot nicht klappt, bei der 300, weil wir es auch noch nie gemacht hatten, so, wie machst du das überhaupt alles? Da gibt's immer so viele Situationen, wo du immer in dieses kalte Wasser gesprungen bist. Ja, das einfach irgendwie krass war. Ich glaube, das hatten wir auch, aber du sagst, glaube ich, selber gerade so ein bisschen, es hätte ja auch gar nicht gemusst, sondern wir wollten das alle, ne? Es hat ja keiner gesagt, so, hallo, hier ist MTV, nächstes Mal macht ihr bitte den One-Shot. Man macht das einfach selber und das war, glaube ich, ich erinnere mich auch schon dran, dass wenn ich sehr müde war, dass ich dann vielleicht auch mal einen eher standardigen Beitrag gemacht habe, aber wenn man den dann gesehen hat, dann wollte man das direkt dann schon wieder nicht, sondern, und ich hab das Gefühl, zu einem sehr großen Prozentsatz bestand die Redaktion eben, also jeder hat's gerade auch gesagt, aus Leuten, die sich immer wieder neu pushen wollten und die immer, wenn wir was noch nicht neu gemacht hatten, das dann auch wie ich machen wollten oder irgendjemand hatte dann irgendein Video gesehen. War das Street Fighter 4, wo wir dann plötzlich in dieser Bäckereihalle da hinten dann alles vorm schwarzen Hintergrund die Leute durch die Gegend getragen haben, so, hatte natürlich keiner gemacht, war auch scheiße beleuchtet und das wollte man dann einfach machen, so, und hin und wieder wollte man vor allem auch, dass Jay irgendwas macht, oder? Und er hatte tolle Ideen, die Gunnar machen durfte oder sowas. Also ich bin ja auch nach dreieinhalb Jahren gegangen, weil ich dachte dann, okay, also, ein bisschen Sozialleben brauch ich vielleicht auch nochmal und all so ein Krams, also hab ich immer gesagt, okay, das ist jetzt mal gut für mich, das war okay, ich hab dann ja noch eine andere Sendung gemacht, das kann man ein andermal mal besprechen, da hab ich versucht, die Redaktion ein bisschen so aufzubauen, und dass es nicht ganz so stressig ist, wie es bei Game One war. Das hat, glaube ich, geklappt, für viele, aber für mich nicht, muss ich dazu sagen, für mich ist das alles genau so geblieben. Als Redaktionsleiter, ich hab immer noch, ich glaub, man möchte es, ich glaub, man will das einfach. Ich glaube, Game One hat die Leute so ein bisschen angesteckt damit, dann hast du so einen Simon gehabt, der dich auch immer gerne mal pushen wollte und das geil fand und mehr wollte. Also, ich glaub, ich glaub, das ist dieses Konstrukt und ich glaube auch, dass das vielleicht so ein bisschen weiterlebt, dieser Spirit, dass die Leute das auch einfach wollen. Dass die Leute einfach geilen Scheiß machen wollen und wenn sie merken, ich mach gar keinen geilen Scheiß, dann lass uns bitte noch geileren Scheiß machen. Aber ich muss sagen, es ist auch immer ein kleines Problem, also grad Simon ist ein gutes Beispiel, weil Simon ist immer ganz oder gar nicht, ja, also Simon ist, ich mach einen Beitrag, aber dann will ich Berge versetzen und das Problem ist halt immer, dass dadurch so die Messlatte auch immer nach oben verschoben wird, ja? Also, wenn dann erst mal einer irgendwie den aufwendigsten Beitrag macht und du sagst, ja, ich wollt eigentlich nur ne Minimatz einblenden, weil ich das lustig finde, so, dann fühlst du dich halt direkt schlecht, weil für dich dauert's irgendwie fünf Sekunden, das rauszukutten und da reinzumachen, während andere ziehen zehn Kostüme angehen von Greenstream bauen Kulissen und dann entsteht da natürlich gleich auch so, ohne dass das gesagt wird, du musst es machen, aber es entsteht automatisch so ein Druck durch das, was Leute schon vor dir abgeliefert haben und wenn du dann so ein paar, ich sag's jetzt mal, positive Rückte hast, weil die auch für das Thema Leben, also die einfach dann nichts anderes kennen und für Simon war das so, da gab's Game One und das war's, so ungefähr, der hat Game One gelebt, alles rund um sein Leben, der ist aufgestanden, hat nur überlegt, was könnte man machen, lass uns mal das machen, ich hätte noch ne Idee für das, das ist ja bis heute so, ne? Da sprudelt dann die Kreativität aus ihm raus, ohne Rücksicht auf Verluste, aber es gab vielleicht auch Leute wie ich, die gesagt haben, ja, also ganz ehrlich, ich will heute Abend Fußball gucken und morgen würde ich gerne auf ne Party gehen und ehrlich gesagt, hab ich keinen Bock, mein ganzes Leben, ja, Party war Quatsch, natürlich war ich nicht auf ne Party eingeladen, aber, keine Ahnung, vielleicht wollte ich was zu Abend essen oder so, ne? Tiramisu. Tiramisu, ja. Aber, ne? Also, wenn es Leute gibt, die dann, sag ich mal, nicht diesen, diesen Enthusiasmus oder auch diese Craziness haben, dann bleibst du fast auf der Strecke und du merkst, du kannst gar nicht da mithalten und um mithalten zu können, müsstest du dir auch in einer gewissen Weise diese Craziness aneignen und das war zum Beispiel, damit hab ich zum Beispiel gestruggelt, weil mir hat das Spaß gemacht, mir hat das gefallen, aber ich sag auch ganz ehrlich, ich wollt mich auch nicht komplett zerstören, so, ne? Und wenn dann, ja, und wenn andere das gemacht haben, dann war da natürlich ne Diskrepanz, so, ja gut, aber der macht's halt, ne? Was machst du dann? Entweder du gehst mit oder ... Stimmt. So, ja. Also, die Xbox One-Folge ist da wirklich einfach das perfekte Beispiel eigentlich so. Das ist so ein Negativbeispiel und für mich war's aber auch immer irgendwie ein Magic Moment, einfach weil du hast halt das erste Mal diese ... Also, ich war da halt dabei, wie Simon mit dieser Idee ankam, okay, lass mal hier das Ding machen und es klang irgendwie alles ganz gut, aber dann wurde superschnell klar, okay, das ist einfach überhaupt nicht stemmbar mit den Ressourcen, die wir normalerweise hätten und dann war aber das Kind schon irgendwie in den Brunnen gefallen, wir haben schon angefangen damit, das irgendwie zu drehen und dann war halt irgendwie klar, ja, okay, das muss jetzt irgendwie fertig werden und natürlich wollte auch niemand, dass es scheiße wird, so. Sollte natürlich auch irgendwie, alle haben versucht, diese Perspektive von Simon da natürlich dann umzusetzen und was natürlich scheiße war daran, ist, dass halt alle da mega am Stock gegangen sind einfach nachher und sich da wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen wurden und da irgendwie noch sonntags wurde noch geschnitten und sonst was, aber was ich da, was für mich so ein Magic Moment damals war, was ich einfach krass fand, dass da alle so krass zusammengehalten haben, dass du da irgendwie so dieses Team hast, was irgendwie checkt, okay, scheiße Leute, wir müssen das jetzt zusammen rocken und da hat jeder mitgeholfen, jeder. Wirklich, von unten im Büro bei der Buchhaltung bis die Grafiker, alle haben da irgendwie mitgemacht und alle Befindlichkeiten und so, die Leute sonst immer hatten, die waren auf einmal weggeblasen. Ich weiß zum Beispiel noch, dass Eddie an dem einen Drehtag, der war ganz zum Schluss dran. Du saßt bis zwei Uhr nachts oder so, hast du einfach gewartet, oben im Elfenbeinturm, bis du dran warst. Und normalerweise hättest du irgendwie so gedacht, so, ja okay, Eddie kommt spätestens um, was weiß ich, um 22 Uhr raus und beschwert sich und so, da hast du dich gar nicht gedacht. Damals war ich noch freier Mitarbeiter, ging nicht. Ja, nee, aber ohne Scheiß, das fand ich krass, weil alle hatten irgendwie so diesen Modus, wo die gewusst haben, so, okay, jetzt müssen wir einmal hier auf professionell umschalten, jetzt müssen wir das Ding irgendwie zusammen rocken und das war irgendwie eine schöne, auch eine schöne Erfahrung für mich, wo ich irgendwie gedacht hab, so, ey, krass, so stell ich mir das irgendwie vor, dass man mit seinen Buddies irgendwie was zusammen auf die Beine stellt und halt irgendwie so an einem Strang zieht, auch wenn es mal schwierig wird, und so, weiß nicht, das hat mich immer irgendwie beeindruckt, so, bei diesem Projekt. Deswegen guck ich mir die Folge auch heute gern noch an. Aber man muss sagen, Game One, gerade so in der Anfangszeit, als das Team noch kleiner war, so 20, 25 Leute, ich so, war natürlich auch sehr familiär, ne? Das waren auch fast alles Leute, die man irgendwie über Connect, also nicht Connect, aber ich kenn da jemanden oder so rankam, man hat dann auch, also, die Übergänge ins Privatleben zum Beispiel, die waren sehr fließend und also, es war eine Party, irgendwie WG-Party bei Simon und da war mehr oder weniger, das war wie eine Redaktionssitzung was, es waren einfach exakt die gleichen Leute, die du mittags in der Redaktionssitzung gesessen hast, nur mit einem Bier und natürlich wurde dann aber auch über, ja, Bier und andere Sachen, dann wurdest du da halt ... Vor allem Mittag gab's auch vielleicht schon Bier. Aber du hast dann da auch wieder über die Sachen geredet oder so, ne? Oder Ideen schon entwickelt. Also, es war immer so, Privatleben, Arbeit, das war irgendwie so, das war halt nie, du gehst um 18 Uhr nach Hause und dann ist das Thema Job, ist Job und hier beginnt dein Privatleben, sondern irgendwie war das immer ein Wackelpudding so. Und das war sowohl positiv als auch negativ, weil sich natürlich Streitereien aus dem Job auch ins Privatleben und umgekehrt sehr häufig überlappt haben und ... Also es gab auch schon, wir hatten auch sehr viel Stress miteinander, alle Mann. Ich glaub, mein Lieblingsproblem bei Game One war, wenn ich das nochmal sagen darf, Nils Bohm, mein Lieblingsproblem, nee, das war ja alles ein bisschen danach meiner Zeit, da hab ich ja gar nicht so viel Problem mit gehabt, war, wir haben immer so geil nicht aus Fehlern gelernt. Ich bin immer so ein Fan davon, ey, lass uns das probieren und wenn's falsch läuft, geil, haben wir's probiert. Wir haben das gemacht, wir haben was Neues ausprobiert, haben's falsch gemacht, haben's nächste Woche einfach nochmal genauso falsch gemacht und die Woche wieder drauf genauso falsch, wir haben einfach nicht dazugelernt und das, das ist so, glaube ich, das Dümmste, was wir, also ganz viel in verschiedenen Bereichen. Komm, ist das scheiße, lass uns das genauso nochmal machen. Ja. Naja, man sieht da, glaube ich, sehr viele Parallelen, also auch was, keine Ahnung, es ist halt Fluch und Segen zugleich, dass man halt jedes Mal wieder irgendwas Neues machen und ausprobieren kann. Keine Ahnung, mich motiviert das halt auch, wenn man wieder irgendeinen neuen Weg für einen Beitrag finden kann, für sich selbst, sag ich mal, aber gleichzeitig ist es natürlich selber so, dass man sich dann denkt, okay, scheiße, jetzt das nächste Mal muss ich ja wieder irgendwas machen. Also es ist, ja, Fluch und Segen zugleich, auf der einen Seite motiviert's, auf der anderen Seite kann's manchmal auch so ein bisschen die Luft abschnüren und ich glaub, da ist es gar nicht so einfach, so den richtigen Weg zu finden. Wir jetzt in unserer Position müssen ja auch gucken, zum Beispiel, dass unsere MitarbeiterInnen dann halt vielleicht auch eben nicht diese extra Meile gehen und mal sagen, ey, mach halt einfach mal ne Zockrunde. Wie oft ich mit Tran schon darüber geredet habe, ey, Dicker, mach jetzt doch einfach mal zu dem Spiel ne Zockrunde, das ist total easy und du musst keinen Einspieler machen. Ja, nee. Ja, das ist wirklich, das ist ein echten Struggle, so gerade jetzt, wo man dann auch, sag ich mal, so in einer Führungsposition, sag ich mal, irgendwie ist, dass du da nochmal ne ganz andere Perspektive bekommst, weil du einfach irgendwie auch diese Verantwortung fühlst für die Leute und natürlich auch mit dieser ganzen Vorarbeit, die ihr gemacht habt, so die, die natürlich auch Colin viel gemacht hat, gerade in der Anfangszeit von Game Two, dass du dem irgendwie gerecht werden willst und natürlich dann eben auch, wie Uke sagt, aus den Fehlern lernen willst und natürlich das nicht wieder dazu kommen lassen willst, dass die Leute sich da irgendwie totmachen und am Ende von Game Two genauso dastehen und sagen, so Alter, okay, ich kann nicht mehr, sondern dass du irgendwie willst, dass es einerseits natürlich ne geiles Produkt wird, dass du irgendwie immer noch diesen Hunger hast nach neuen Sachen, neue Sachen auszuprobieren, aber auf der anderen Seite, dass halt irgendwie alles schaffst und trotzdem noch irgendwie deinen Abend genießen kannst und so weiter und vielleicht auch mal ein bisschen rauskommst vom Job und so, das ist echt so ein Struggle, den wir jetzt irgendwie da seit fünf Jahren dann halt auch immer versuchen irgendwie und ja, was man natürlich außen nicht so sieht, aber es ist halt auf jeden Fall auch wichtig und das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied für mich von der Zeit, wo ich bei Game One war, wo mich das natürlich null interessiert hat, da war ich noch halt so, okay, ich will alles machen, so gib mir alles irgendwie, ich hab mega Bock und jetzt ist eine ganz andere Perspektive, die man jetzt einfach hat. Aber man muss auch sagen, dass sich natürlich auch jetzt so gesellschaftlich einfach vieles geändert hat, also auch so wie eine Firma, also ich krieg das ja selber, wir haben im Rocket Beans 2011 gegründet und davor, ne, hier Stichwort Scheinselbstständigkeit oder was auch immer, das war, das klingt jetzt so krass, damals war das für uns so, ja, ist mir doch egal, was ich da ausfülle oder so, Hauptsache ich mache, ich hab hier den Job, auf den ich Bock hab, aber da gab's noch nicht so viel, also Firmen haben sich damals auch noch nicht so hinterfragt, wurden auch noch nicht kritisch so hinterleuchtet oder so, wie heute das ist, so was Überstunden und so angeht, das hat sich komplett schon mal geändert, meiner Meinung nach, Gott sei Dank, aber es war halt einfach, vor 10, 15 Jahren war das einfach noch anders und was man auch sagen muss, ist natürlich der Druck, der von außen auch herrscht, also zum einen vom Auftraggeber, bei uns war das, war ja, komm MTV, bei euch ist das Funk, das darf man auch einfach nicht, Neo mittlerweile, oder Neo, stimmt, ja, ähm, und da muss man halt auch gucken, die wollen natürlich auch was für ihr Geld, ne, ähm, das ist immer Druck, man denkt dann auch immer so, ja, ich muss ja auch selber dafür sorgen, dass dieses Format weiter existiert, dann hast du den Druck von, am Anfang hattet ihr den Druck, haben wir geguckt jetzt erst mal, wie die Neuen das machen, haben wir ja auch schon gesagt, so in die recht großen Fußstapfen, da ist Druck, und dann hast du natürlich immer den Druck, ja, das war die superbeste Folge, ne, unter jeder Folge Game Two steht, beste Folge ever, bester Beitrag ever, und wenn dann, Game One war besser, das ist okay, und wenn dann, na ja, aber wenn dann mal da steht, also Game Two hat aber nachgelassen, fand ich früher besser, das tut so weh, ne, das weiß jeder, der mal einen Beitrag oder eine Folge gemacht hat, das frisst dich auf und du denkst, du liegst abends mit, scheiße, haben wir wirklich nachgelassen, haben wir's noch drauf, hab ich's noch, haben wir noch die Leidenschaft, haben wir noch das alles, also du hast ständig diesen Druck, von außen immer abliefern zu müssen und funktionieren zu müssen, und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr dann auch als noch junges Team lernen müsst, äh, ja, irgendwie, wie geht man damit um, deshalb meinte ich, wie kann man trotzdem den Spaß an der Sache behalten und trotzdem irgendwie abliefern, weil am Ende ist es Showbiz, du musst irgendwie was abliefern, was die Leute gucken wollen, und da die Waage zu halten, ist, glaube ich, auch echt schwer. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, das hat, also das fand ich auch schon immer einfach krass, so wie, wenn man immer mal so merkt, wie viel das Leuten bedeutet, was man da so macht, das war einfach immer, das waren immer krasse Momente, also entweder auf der Gamescom, so auch zu Game-One-Zeiten schon, wenn du einfach gesehen hast, ich meine, du sitzt die ganze Zeit in der Redaktion, hier irgendwie rum mit ein paar Leuten so, du bist so abgeschottet von allem, gerade damals bei Game-One-Zeiten noch, da kriegst du das ja gar nicht mit und dann kommst du auf die Gamescom und siehst halt so, Alter, die Leute feiern, das ist so mega heftig, du siehst diese ganzen Kommentare, ich weiß noch, unter der letzten Folge, Game One, wie krass das war, diese Kommentare zu lesen, da sind dir echt die Tränen gekommen, weil du einfach, weil so viele Leute da geschrieben haben, was das für die bedeutet und du denkst, du hast da in diesem Moment so gemerkt, Alter, du machst anscheinend wirklich irgendwas, was Gewicht hat und was Leute interessiert, das war, was man gar nicht so gecheckt hat, wenn du die ganze Zeit nur irgendwelche Game-Startles und dämliche Einspieler drehst, wo irgendjemand irgendwas an den Kopf bekommt, das ist halt auch heftig, also ich, das ist nicht nur ein Fluch, sondern auch einfach eine krasse Motivation, dass du irgendwie für diese Leute, denen das wirklich so wichtig ist und die das immer gucken und so, dass du denen auch was Geiles bieten willst, was die halt erwarten, irgendwie, ja. Absolut. So, ich würde aber sagen, ich schütze uns jetzt mal davor, dass wir hier nicht noch länger überziehen. Ich würde langsam mal zum Ende kommen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wir könnten wahrscheinlich gleich noch eine zweite Folge hintereinander aufnehmen. Also, ich glaube, es gibt noch so viel zu erzählen und zu bereden, ich finde es auch wahnsinnig spannend, jetzt endlich mal so ein bisschen mehr von der Game-One-Seite dann auch noch mal zu hören. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, wir machen Ende. Tschüss. 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 Tschüss, Uke. Tschüss, Ede. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr auch Game-One besser fand als Game-Two, dann schreibt das doch unten in die Kommentare, aber auch gerne andersrum. Ihr könnt auch gerne Game-Two mal loben, nein, macht ihr eh ganz oft. Wir lieben euch.